Hi, mein Name ist Peter Fram und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Fram, ich bin die Tage neu auf Ihren Kanal gestoßen, habe jetzt einige Videos gesehen und frage mich ernsthaft, ob das ein Hobby von Ihnen ist, völlig gefühlskalt zu sein und ganz normale menschliche Emotionen nicht nachvollziehen zu können. Natürlich, ich bin ein Terminator. Manche Gefühle sind nun mal einfach menschlich und völlig normal, zum Beispiel nach einer Trennung völlig fertig zu sein und wegen mir auch monatelang durchzuhängen. Ja, da haben Sie recht. Gut, wenn Sie das Gegenteil glauben würden, hätten Sie auch recht. Man trauert im Schnitt immer so lange, wie man glaubt, trauern zu müssen, beziehungsweise wie man es erzählt oder vorgelebt bekommen hat, trauern zu müssen. Da dauert es halt nur ein bisschen länger. Da dauert es nur ein bisschen länger. Und ja, wenn Trauer da ist, dann muss das natürlich bearbeitet werden und kann nicht einfach immer so runtergeschluckt werden. Da bin ich der Letzte, der das verneinen würde. Das ist natürlich auch Teil meines Coachings und Teil des Übungsprogramms, dass ich meinen Klienten mitgebe. Ich erzähle das natürlich aber auch nicht den ganzen Tag auf YouTube rauf und runter, denn hier geht es eher rational zu und hier soll es eher vorwärts gehen. Und da sind Gefühle, kommen wir gleich noch zu, oft eher ein Hindernis als eine hilfreiche Stütze. Erforsche deine Gefühle, du weißt, dass es wahr ist. Deshalb Gefühle, ja oder jein, es kommt halt drauf an. Machen wir mal weiter. Also monatelang durchzuhängen ist völlig normal. Sowas ist normal und lässt sich auch nicht einfach so ändern. Ja, da haben sie recht, außer wie gesagt, sie würden das Gegenteil glauben. Dann hätten sie da auch recht, dann würde sich das in ihrem Leben ähnlich bewahrheiten. Und dieser Spruch, das ist normal, das ist menschlich. Ja, es ist auch völlig normal und menschlich, sich gegenseitig im ganz großen Stil hier abzumurksen seit Jahrtausenden. Es sind alle möglichen Sachen normal und menschlich, die aber nicht sinnvoll oder empfehlenswert sind. Es ist auch normal zum Beispiel bei Straßenumfragen den letzten Quatsch zu äußern. Es gibt jetzt zum Beispiel so Bitcoin-Umfragen, wo dann erstmal gefragt wird, was ist Geld, was ist Inflation, wie kann man sich gegebenenfalls davor schützen. Was da ein Scheiß gefaselt wird von der breiten Masse, um Gottes Willen, von eigentlich intelligenten oder gebildeten Leuten. Und bei sowas wie Psychologie, Dating, Flirten und Beziehungskram ist das oft noch schlimmer, was die breite Masse da vom Stapel lässt. Weil halt so ziemlich jeder schon mal irgendwie geflirtet hat oder gedatet hat oder eine Beziehung hatte, vielleicht schon mal auch eine Trennung hatte oder, Achtung, der Knaller, wow, ein Buch drüber gelesen hat oder ein paar Videos dazu geguckt hat. Also das ist Ihr Lehrbuch für dieses Semester. Es wird auf diese Weise geöffnet. Ja, die Leute denken dann, die hätten da Plan von. Das ist aber so ähnlich, als wenn ich jetzt denken würde, ich hätte jetzt Plan von Elektrizität oder vom Stricken, weil ich ab und zu mal einen Lichtschalter bediene oder einen Pulli anhabe. Und auch die ganzen Influencer sprechen ja mittlerweile permanent über dieses Psychologie- und Dating-Thema und Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Und da natürlich auch die Lichtschalter-Analogie. Meistens komplette Katastrophe. Ja, das müsst ihr euch merken. Nur weil 8 Milliarden Menschen im Schnitt irgendwas so oder so sehen oder machen oder denken oder fühlen, heißt das noch lange nicht, dass das deshalb jetzt automatisch sinnvoll oder empfehlenswert wäre. Denn gerade was die breite Masse so denkt und tut und will und fühlt und so weiter, das war schon immer ein ganz guter Kontraindikator dafür, was man besser nicht machen sollte. Denn seit Anbeginn der Menschheit war so ziemlich in jeder Zivilisation die breite Masse immer komplett gehirngewaschen. Diese bekackten Amateure. Das heißt jetzt auch nicht immer krampfhaft dagegen, sondern schon überlegen, wo hat die breite Masse vielleicht auch recht. Aber im Schnitt ist das eben ein ziemlich wilder Murks. Und dann noch zu dem Punkt hier, man muss aber doch ewig trauern, das wäre ganz normal. Ja, es kommt ganz drauf an. Wenn man natürlich noch glaubt, dass Beziehungen hauptsächlich dazu da sind, um möglichst lange zu halten, dann ist das normal, dass man dann fix und fertig ist und aus allen Wolken fällt, wenn das auf einmal doch nicht für immer hält und auseinander geht. Und dann kommt ja noch der gefährliche Punkt hinzu, dass der Mensch das im unentwickelten Zustand liebt, sich in der Scheiße zu suhlen, sozusagen sich in seinem eigenen Elend zu suhlen und in seinem Drama, so ähnlich wie der Hund, das halt liebt, auf diesem Knochen rum zu kauen. Ach, das schmeckt mir so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. So, weiter geht's. Es ist normal und lässt sich nicht einfach so ändern. Es ist doch einfach nur gesund, sich von seinen eigenen Gefühlen leiten zu lassen. Das ist immer einfach so gesund, da darin oft ein tieferes Wissen verborgen ist, das mit dem Verstand gar nicht ergründbar ist. Ja, da haben Sie natürlich recht. Gefühle sind was ganz, ganz Magisches, was ganz, ganz Heiliges. Ja, kleiner Scherz am Rande, natürlich nicht, denn Gefühle sind im Grunde genommen einfach nur die körperliche Reaktion auf die eigene Verstandesaktivität. Da ist nichts wahnsinnig Übernatürliches oder Heiliges dabei. Ihr macht mich traumig, daneben nicht. Und dieser Verstand ist ja dann auch noch hochgradig programmiert von Stammbaum, Umfeld, Medien, also Matrix und darauf dann zu hören, ist natürlich völlig verrückt. Ja, wenn ich mich immer von meinen Gefühlen hätte leiten lassen, ja, auf Deutsch auf meine Programmierung einfach so gehört hätte, dann würden wir uns heute witzigerweise gar nicht kennen, weil ich nie ein Video gemacht hätte, weil ich mich niemals aus meiner alten Schafidentität erhoben hätte. Ja, ich persönlich wäre völlig verratzt gewesen in meiner damaligen Identität und Realität. Ich hätte diese Programmierung bis ins Grab weitergelebt und hätte dann am Ende wahrscheinlich gesagt, ja, das war halt einfach ich, ja, das war, sei doch einfach du selbst, so bin ich halt und ich würde es nochmal ganz genauso machen. Ja, natürlich. Und alle so, boah, ist der authentisch. Also, nein, Gefühle ausnahmsweise nichts Übernatürliches. Weiter geht's. Gefühle, vor allem auch negative Gefühle, sind für ein gelungenes Leben das Salz in der Suppe. Ja, wie gesagt, da haben Sie leider recht, beziehungsweise werden Sie leider recht mitbehalten. Aber nein, wenn die Gefühle aus einer Programmierung rauskommen und das tun die meisten Gefühle bei den meisten Menschen, dann ist es nicht das Salz, sondern das Zyankali in der Suppe. Ach, das schmeckt mir so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ganz viele Gefühle kann man auch einfach fallen lassen, wenn man die Illusion beziehungsweise die Programmierung dahinter erkannt hat. Und wenn dann doch noch sehr viele negative Gefühle in Ihnen da sein sollten, ja, negative Gefühle können durchaus ein sinnvoller Indikator sein, beziehungsweise ein ganz gutes Tool, ganz gutes Mittel, auch um rauszufinden, was ist da überhaupt noch in Ihnen los an Programmierung meistens. Dann gehören die natürlich bearbeitet, aber natürlich auch nicht in den Olymp der unendlichen Heiligkeit emporgehoben, es sind ja nur Gefühle. Und dann mit ein bisschen Übung bleibt mehr als genug Platz und Zeit für eine Menge positive Gefühle. Ja, wer das lernen will, der kommt gerne zum Coaching, Links dazu sind unten in der Beschreibung, erscheinen Sie, sonst weinen Sie, wird's bald. Das war's!